Dieser Film behandelt die Konstruktion von Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, wie es Bommes in den 80er Jahren vorgeschlagen hat. Wir haben an der Hochschule Düsseldorf dafür ein 3D-Design entwickelt, dass das in CFD- und FEM-Rechnungen eingelesen werden kann. Das wird aber in anderen Filmen dargestellt. Es geht jetzt zunächst mal nur um die Grundauslegungen, die im Rahmen der Bachelor-Ausbildung mal gezeigt werden sollen. Gegeben ist für so einen Ventilator der Volumenstrom gefordert und auch eine Druckerhöhung. Mit diesen Angaben zusammen mit einer Größenvorstellung oder einer Drehzahlvorstellung kann man dann einen Ventilator designen. Diese Idee ist entstanden durch Arbeiten von Otto Cordier in den 50er Jahren. Für den Auslegungspunkt hat er sehr viele Ventilatoren, Ventilatordaten aufgetragen und zwar eine sogenannte Schnellläufigkeit über einen spezifischen Durchmesser, immer nur für den Auslegungspunkt und kam da dann in einer logarithmischen Darstellung zu einer Systematik. Das Schöne ist, dass hier nach Bohl halt dargestellt, hier ist die spezifische Drehzahl über dem Durchmesser aufgetragen. Wenn man mit seinen Auslegungswerten dann in dem oberen Bereich liegt, hat man Axialmaschinen, also größer 2 kann man auf jeden Fall sagen für das Sigma und in diesem unteren Bereich, auf den sich diese Auslegung von Bommes fokussiert, hat man eben radiale Maschinen. Bei radialen Maschinen wird allerdings gemäß dieser Cordier-Theorie nicht zwischen der Schaufelform unterschieden. Die Schaufelform, vorwärts gekrümmte Schaufeln, radial endende Schaufel für Feststofftransport oder rückwärts gekrümmte Schaufeln unterscheiden sich ganz heftig in puncto Energieaufwand und auch Geräusch. Also die vorwärts gekrümmten vergeuden ganz viel Energie. Das hat Bommes deutlich machen können, indem man in ein und demselben Gehäuse für den Ventilatoren mit unterschiedlichen Schaufelformen vermessen hat und der mit den vorwärts gekrümmten Schaufeln hat die größte Leistungsaufnahme, erzielt zwar auch die höchsten Drücke, hat aber mit Abstand den schlechtesten Wirkungsgrad. Wirkungsgradmäßig ist hier die Maschine unten mit dem kleinsten Austrittswinkel am günstigsten. Im Rahmen von einer anderen Übung, einer Excel-Übung, die im Praktikum auch manchmal durchgeführt wird bei uns, wird dort ein Vergleich dann durchgeführt aus diesen dimensionslosen Darstellungen der Folie zuvor, kann man eben sich wirklich absolute Kennlinien halt verschaffen, die von den rückwärts gekrümmten Schaufeln schneidet, die von den vorwärts gekrümmten Schaufeln nahezu am Optimalpunkt, hier ist der Wirkungsgrad aufgetragen in diesem Diagramm und 20 Prozent Wirkungsgrad, also 20 Prozentpunkte Wirkungsgrad vergeudelt man bei den bei den vorwärts gekrümmten Schaufeln. Vorwärts gekrümmten Schaufeln können zwar etwas langsamer laufen, sind dadurch leiser, aber sehr viel Energie wird dadurch vernichtet. Das mit der niedrigeren Drehzahl ist dann auch häufig der Grund, warum die in Cockpits von Autos oder in Klimaanlagen eingesetzt werden. Hier geht es jetzt aber eigentlich um unser Design-Tool, was im Jahr 2007 begonnen wurde zu programmieren und das möchte ich jetzt einfach mal vorführen und ich möchte das vorführen anhand der Aufgabenstellung, dass wir drei Ventilatoren konstruieren wollen, einen Referenzventilator mit hohem Wirkungsgrad nach Bommes, unser Windkanalgebläse, was auch tatsächlich vor kurzem entstanden und gebaut ist im Rahmen eines DFG-G-Großgeräteantrags und dann ein typisches Staubsaugergebläse aus den 2000er Jahren. Alle Dateien finden Sie unter Moodle oder auch auf unserem FTP-Server. Zu dieser Excel-Tabelle gehören diese drei Diagramme, weil Excel nicht so ganz einfach mit doppellogarithmischen Darstellungen umgeht. So, wie es in dieser Aufgabenstellung hier genannt ist, Zahlenwerte werde ich die jetzt einsetzen, drei Kubikmeter pro Sekunde, 5600 Pa, 2400 Umdrehungen und eine Dichte von 1,25. Hier ist das Bommel, äh, das Cordier-Diagramm zu sehen und der Arbeitspunkt, das ist aber alles auch hinterlegt in so einer ganzen netten GUI, die ich hier jetzt benutze und da gebe ich mal die Werte ein. Drei Kubikmeter sind 10.800, drei Kubikmeter pro Sekunde sind 10.800 Kubikmeter pro Stunde, 5600 Pa. Die Dichte war jetzt hier von 1,25 angegeben, das hat jetzt nicht so einen großen Einfluss, ob 1,19 oder 1,25. Und dann rechne ich mal, der, die optimale Drehzahl wäre jetzt etwas größer, wir kommen aber hiermit jetzt genau auf diese 720 Millimeter, also optimal nach, äh, der Theorie wäre man eigentlich bei, äh, 600 Millimetern Laufraddurchmesser. Und dann können wir uns mal mit dem Gehäuse beschäftigen, das wäre jetzt, äh, 1,8 mal 1,4 Meter groß, das ist zu groß und darum orientieren wir uns jetzt mal hier an dem Laufrad und machen mal, ja, das Laufrad ungefähr doppelt so groß wie diese optimale Laufradgeometrie, starte ich einen Optimierungsprozess. Dann unterscheiden sich hier die blaue und die magendafarbene Spirale, die magendafarbene Spirale, das ist, äh, die reibungsfreie Theorie, die Potentialtheorie, logarithmische Spirale, und, ähm, hinter der blauen, äh, Kurve stecken die Vorschläge vom Bommes, wo eben empirische Daten mit verwurstet wurden, so. Bringen wir die Bombe Spirale auf die logarithmische Spirale, schauen uns mal, äh, die, äh, meridionale Verzögerungszahl an, das ist so ähnlich wie das D-Haller-Kriterium, was man von axialen Maschinen kennt, das liegt jetzt hier bei 0,6, das ist auch sehr gut. Es sind jetzt 10 Schaufeln hier eingestellt, äh, Deckplattenwinkel von 26 Grad, äh, das heißt, hier müssen wir gar nichts weiter dran machen, äh, unsere Maschine liegt hier im, äh, Cordier-Diagramm im Bereich von Radialventilatoren, im Bereich von dem, von Bommes vorgeschlagenen Bereich, äh, also ist das jetzt, unsere Maschine können wir abspeichern und können hier die, Abmessung, äh, entsprechend, äh, entsprechend, äh, weiterverwenden, also Austrittsbreite sind 250 mm vom Laufrad und Eintrittsbreite 350 mm, das ist ein typisches, äh, ein typischer Ventilator, wie er hier gezeigt wird, das ist quasi, äh, ein solcher Ventilator. So, so, wir waren aber hier, und jetzt gehe ich mal zu dem, zu dem, zu der nächsten Maschine, ähm, das wäre jetzt das Windkanalgebläse, also ein sehr großer Volumenstrom, 18 Kubikmeter pro Sekunde und kleiner, kleinerer Druck, Ich gebe die Werte mal hier ein, in die Excel-Tabelle, dann habe ich, äh, 64.800 Kubikmeter, die Druckerhöhung liegt jetzt nur bei 1400, die man für den Windkanal halt braucht, für eine vernünftige Durchströmung, Dichte, Umgebungsbedingungen, und das ist eine, mit einer großen Maschine, ich kann jetzt auch, ich lasse mal die 2400 da stehen, ich kann jetzt erstmal hier eine Rechnung durchführen, dann zeigt er mir hier Werte an, 455 ist eine sehr kleine, äh, Drehzahl, die sogar ausreichen würde, ähm, aber da müsste ich halt sehr groß bauen, zwei Meter, äh, und, äh, gehe, darum gehe ich jetzt hier auf einen, auf eine kleinere Drehzahl, und dann habe ich auch nur ein kleineren, ähm, Gehäuse, äh, einen kleineren, äh, Laufraddurchmesser, und kann auch ein kleineres Gehäuse halt, äh, bauen, das muss ja eben auch in den, bei uns in den Keller halt reinpassen, ähm, das Gehäuse wäre hier jetzt von den Idealwerten 13 Meter mal 7 Meter groß, vollkommen unrealistisch, ähm, ich gehe jetzt mal hier auf 2,6, das habe ich vorher auch etwas ausprobiert, und dann kann man schon sehen, dass wir hier auf einen, auf eine, auf eine, auf sinnvolle Bedingungen halt kommen, allerdings sind, äh, Eintritts- und Austrittsbreite des Laufrades hier noch extrem groß, deswegen gehe ich hier in so einen Korrekturfaktor rein und verändere meinen Wert, und den muss ich jetzt hier sehr klein machen, bestätige ich hier unten, so, dass ich hier noch in diesem Bereich von 0,6 bis 0,8 liege, da bin ich halt knapp drin, ich gehe mal hier, also mache jetzt noch die, äh, die Deckscheibe etwas schräg, dass der Eintrittsquerschnitt größer ist als der Austrittsquerschnitt, achten Sie mal da auf diese Werte, wenn ich jetzt hier bestätige, ja, dann wird der Austritts, äh, wird die Austrittsbreite etwas kleiner. So, dann habe ich aber auch hier mit meinen, äh, vernünftigen Ventilator und kann diese Geometriedaten jetzt eben, äh, für die Skizzierung der, äh, Gehäuse- und Laufradabmessung halt verwenden. Ja, ich wollte hier noch ein drittes, äh, Gebläse dimensionieren, nämlich den Staubsauger mit 130 Kubikmeter pro Stunde an Volumenstrom, 20.000 Pascal, 35.000, dann schauen wir uns mal die Maschine an. Also, das sind 130 Kubikmeter, hier habe ich 64.000, nee, Entschuldigung, 20.000 Pascal-Druckerhöhung, 1,2, mal gucken, welche Drehzahl, 7.000, ja, die Maschinen drehen aber mit bis zu 35.000, um eben kleiner zu werden, das geht dann natürlich auf die, auf den Wirkungsgrad, äh, hier, und ich habe jetzt aber eben optimal werden hier 5 cm, ich habe jetzt hier 9 cm bei 35.000, äh, Pascal, bei 35.000 Umdrehungen pro Minute. Geh mal hier, äh, rein, gucken wir mal jetzt die Größe an, hier habe ich, äh, 150, mach den nochmal etwas kleiner, in den Bereich von 120 Millimeter. Also, weil hier die meridionale Verzögerungszahl auch überhaupt nicht passt. Moment, Komma vergessen. Da ist jetzt etwas rausgelaufen aus der Optimierung. Ich setze hier mal nochmal einen anderen Wert. Na, tut mir leid, ich muss dann hier nochmal die Grundberechnung durchführen. Ich passe die beiden Spiralen an und gehe jetzt auf die 0,12. So, jetzt habe ich auch hier eine, wieder eine vernünftige meridionale Verzögerungszahl und, äh, ich ändere aber hier, das ist ein sehr steiler Winkel jetzt für die, für die Deckscheibe und auch meinen, äh, Designfaktor vom Laufrot muss ich noch verändern, weil hier meine Abmessungen noch zu groß sind, mit, äh, 46 Millimetern und 20 Millimetern. Darum gehe ich hier mal auf 1,5. So, dann habe ich hier nämlich, äh, 16 Millimeter am Eintritt und 8 Millimeter am Austritt. So, hier erreicht zwar die 0,6 nicht ganz, aber das sieht jetzt auch nach, nach einer vernünftigen Maschine aus, mit immerhin noch einem Wirkungsgrad von 78%. Ja, soweit mal vorgeführt, die, äh, das Design. Äh, hier ist die Prozedur nochmal, äh, insofern zusammengefasst. Also, wir haben diesen Zweig genommen, dass wir die Rotordrehzahl vorgegeben haben und entsprechend dimensioniert haben. Das ist das Diagramm, was, äh, Bommes, äh, hinsichtlich der Abhängigkeit zwischen Wirkungsgrad und Sigma verwendet hat. Damit wird auch unser Wirkungsgrad berechnet, das ist nicht, äh, empirisch überprüft. Die Herleitung, äh, von, äh, der Dimensionslosen Drehzahl, äh, die, die Beschreibung hier noch, äh, wenn man, äh, Belastung halt mit, äh, einbezieht, äh, dass man hier eben sehr große Maschinen bekommt, wo man dann eben gegebenenfalls Festigkeitsprobleme halt bekommt. Das ist in diesem Diagramm vielleicht nochmal ganz schön dargestellt, also einfach nur die Zentrifugalbeschleunigung als Belastung gerechnet. Wir haben hier, äh, die Druckerhung 0 bis 25.000 Pascal und die haben hier die Drehzahl von 0 bis 250 Meter pro Sekunde. Gewöhnliche Industrieventilatoren werden in diesem Bereich so bis gut 100 Meter pro Sekunde halt, äh, aufgebaut. In diesem Bereich, äh, kann man dann Ventilatoren, also die man schneller drehen lässt, noch, äh, aus Aluminium bauen, äh, und die haben dann höhere Festigkeitslevels. Hier oben findet man die Staubsauger und, äh, in diesem, äh, Bereich kann man vielleicht mit, äh, Kunststoffmaterialien arbeiten, ähm, aber, äh, auch eher sehr kleine Maschinen dann nur, äh, konstruieren. Ja, da sind wir eben nochmal durchgegangen, da sind so ein paar Erklärungen dazu. Und hier ist das, äh, hier sind verschiedene Drehzahlen, äh, aufgetragen und verschiedene Durchmesser, damit man mal einfach sieht, also, äh, wie bewegt man sich in dem Kennfeld, wenn man die Drehzahl steigert, wenn man den Durchmesser steigert. Äh, wirkungsgradmäßig ist das von, äh, Fleiderer und Petermann in diesem Diagramm mal dargestellt, also, dass man eben auch bei großen Maschinen, äh, den Wirkungsgrad abwerten muss und bei ganz kleinen Maschinen dann eben auch wiederum. Und, äh, diese Geschichten haben wir jetzt faktisch mit unseren drei Beispielen eben durchgerechnet. Und hier sind auch nochmal, äh, die Lösungen, äh, dargestellt. Also hier eben der RV720, also hier ist die Dichte etwas anders genommen, darum sind das 733 Millimeter. Der, äh, der Windkanalrechner, der, äh, also schon ganz, äh, Windkanalrechner, der Windkanal, äh, das Windkanalgebläse, was jetzt schon sehr nah am axialen, äh, Bereich halt liegt, große Volumenströme. Und, äh, hier ein, äh, ein Staubsauger mit etwas anderen Werten, als ich sie jetzt eben, äh, gerechnet habe. Also noch höhere Drehzahl, etwas kleinerer Druck, aber das geht in dieselbe Richtung. Ja, ein neues Thema ist dann, dass man mit, äh, diesen, äh, mit diesem, äh, mit diesem Auslegungspunkt, kann man dann aber eben in eine weitere Tabelle gehen und, äh, die kennen hier abschätzen. Das ist aber ein neues Thema, äh, dafür gibt es einen neuen Film.